Ich zeige dir, wie du schnell und unkompliziert deine Krawatte binden kannst. Der einfache Krawattenknoten 4 in Hand ist ein Klassiker und passt zu jedem Anlass. Klappe deinen Hemdkragen nach oben und lege deine Krawatte so um den Hals, dass das breite Ende links liegt und länger herunterhängt als das schmale. Nimm das schmale Ende in deine linke Hand und lege das breite Krawattenstück wie ein X darüber. Halte beide Teile mit Zeige und Mittelfinger zusammen. Jetzt führst du das breite Ende hinter das schmale, sodass du zunächst die Rückseite der Krawatte siehst. Lege es anschließend in einem 90-Grad-Winkel nach rechts über Zeige und Mittelfinger. Fast geschafft! Führe das breite Ende von hinten durch die Heizschlinge und fädle es schließlich durch die Schlaufe, die bei Zeige und Mittelfinger entstanden ist. Im letzten Schritt hältst du das schmale Ende fest, während du den Knoten langsam zuziehst. Klappe deinen Hemdkragen runter und fertig ist dein Krawattenknoten. Gar nicht mal so schwer, oder? Schreib uns in die Kommentare, wie dir der Knoten gelungen ist. Schau dir auch unsere weiteren Anleitungen an und abonniere den Bräuninger-Kanal, um keine Styling-Tipps zu verpassen. Klappe deinen 예 Klappe deinen Knoten